Guten Tag, ich bin Anna Freud und werde Sie heute psychoanalytisch behandeln. Es ist ganz logisch, dass Sie zu mir gekommen sind, denn mein Vater war der Begründer der modernen Psychoanalyse. Ich werde Ihnen dabei helfen, Ihre Dämonen loszuwerden, Ihre Leidenschaften wieder aufleben zu lassen und alles Verdrängende auszudrücken. Also, erzählen Sie mir alles, was beschäftigt Sie. Ja, diese schlimmen Falten sorgen von einem gewissen Unwohlsein oder eher von einer Niedergeschlagenheit. Alles, was im Unterbewusstsein passiert, taucht irgendwann wieder auf, ob man es möchte oder nicht. Aber entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen. Fahren Sie bitte fort. Ja, dieser bleiche Tanne, diese kränkliche Augenringe. Wie schrecklich. Das sieht ja schlimm aus. Ganz bestimmt der physische Ausdruck Ihrer unterdrückten Triebe. Aber entschuldigen Sie, ich habe Sie erneut unterbrochen. Fahren Sie bitte fort. Ich verstehe. Es ist für mich ganz eindeutig. Sie leiden unter einem klaren Oedipus-Komplex. Nein, es ist nicht die einzige Antwort auf alle Fragen. Gar nicht. Es ist Ihnen nicht erlaubt, an meiner Analyse zu zweifeln. Oder besser gesagt, an meiner Psychoanalyse. Ich werde Ihnen alles erklären. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Sache ist so. Sie möchten Sex mit einem Ihrer Eltern haben. Sind Sie ein Mann oder eine Frau? Verzeihen Sie mir, aber es ist nicht eindeutig kennen, wenn man sie sieht. Das müssen Sie zugeben. Mit all dem aktuellen Gender-Sternchen-Kram habe ich jetzt immer Angst, mit meinen Aussagen-Patienten zu beleidigen. Also, mit welchem Geschlecht können Sie sich identifizieren? Verstehe, denn es ist ganz klar, Sie möchten mit Ihrer Mutter schlafen. Sie sind seit der Geburt unterbewusst in Sie verliebt und empfinden einen starken Drang, Ihren Vater umzubringen, ihn zu befürgen, zu ertränken, ihn mit einer Schaufel zu schlagen, ihn zu töten. Ja, genau, genau. Zu diesem Schluss komme ich. Sie sagen, Sie sind wegen der Arbeit deprimiert. Alles quält Sie und Sie langweilen sich zu Tode. Richtig. Wenn ich zusammenfasse, finden Sie Ihren Job furchtbar blöd, hatten seit drei Jahren keine Liebesbeziehung und Ihr Hund hat sich letzte Woche umgebracht, oder? Na, das ist es. Ein echter Oedipus-Komplex. Klar, wie Kloßbrühe. Sie haben Lust, mit Ihrer Mutter zu schlafen und Ihren Vater zu ermorden. Elementar, mein lieber Watson. Ich meine, mein lieber Hegel. In der Kindheit erlebt jeder von uns vier grundlegende Abschnitte. Die orale Phase, die anale Phase, die phallische Phase und die genale Phase. Hatten Sie mir etwas mit Ihrer Mutter gestillt? Ja, das dachte ich mir. Ihre orale Phase hat sich dann entwickelt, als Sie an der Brust Ihrer Mutter gesaugt haben. Was die anale Phase angeht, die entwickelt sich im zweiten und dritten Lebensjahr. In dieser Zeit erlangt das Kind durch Ausschneiden von Extrementen Befriedigung. Die phallische Phase brauche ich Ihnen nicht erklären. Sie haben bestimmt schon verstanden, worum es da geht. Zum Schluss entwickelt sich die genale Phase der Jugendzeit. Während der phallischen Phase, als Sie drei bis fünf Jahre alt waren, haben Sie einen Sexualtrieb für Ihre Mutter empfunden, Ihren Vater dementsprechend als einen Konkurrenten wahrgenommen, der vernichtet werden sollte. Jedoch war es Ihnen aus drei Gründen unmöglich, ihn zu töten. Erstens haben Sie Ihren Vater geliebt und bewundert, was den Mord nicht besonders einfach macht. Zweitens war der Trieb unterbewusst, sodass Sie keinen bewussten Mord begehen konnten. Drittens waren Sie erst drei Jahre alt, also wäre der Mord eines Erwachsenen für Sie unmöglich gewesen. Es sei denn, Sie sind Juggie. Aber Juggie ist nicht menschlich. Es ist ja eine von einem Psychopathen besitzene Kinderpuppe. Kurzum hatten Sie keine Chance, Ihren Vater zu ermorden. Der Oedipus wurde offensichtlich schnell verdrängt, überübte tief unter Bewusstsein einen großen und langfristigen Einfluss aus, der alle heutigen Schwierigkeiten auslöst. Ich höre Ihnen zu und merke, dass Sie von Ihren Trieben beherrscht werden. Wissen Sie, es gibt zu achten von grundlegenden Instinkten, Todes- und Lebenstriebe, eine Art Gegensätzlichkeit zwischen Ethos und Thanatos, weil Sie ein bisschen altgrischig verstehen. Natürlich verstehen Sie aber kein altgrischig. Du mal frage. Entschuldigen Sie, hätte ich mir denken müssen, grob gesagt, versucht Ihr Lichtbido oder Sexualtrieb, ihre Aggressivität oder die Tendenz, ihre Umgebung zu zerstören, auszugleichen. Kurzum will ich damit sagen, dass all Ihre Gedanken, Träume, Fehlleistungen oder Verspreche aus Ihrem Unbürsten kommen. Sie kommen aus einem inneren Konflikt. In anderer Worte, haben Sie nicht hundertprozentig die Kontrolle auf Ihre Gefühle und Eindlungen. Dauerlich, oder? Und Sie können dagegen nur eins tun, und zwar versuchen, Ihre innere Konflikte zu verstehen. Und dabei kann uns nur die Psychoanalyse helfen. Aber ich sehe, dass unsere Stunde schon zu Ende ist. So, nächste Woche dieselbe Zeit. Das macht dann 90 Euro, bitte. In Bar- oder Gartenzahlung. Ich nehme auch Essensbon.